So da sind wir und weiter geht es mit Forspoken und mit der lieben Frey. Wir sind immer noch an diesem Vorplatz. Das ist quasi dieser Vorplatz hier und da oben geht es weiter mit der Hauptmission. Aber wir ziehen uns das alles noch mal rein hier. Wir haben ja Zeit. Gucken wir uns erst mal das hier an. Das ist direkt jetzt hinter uns. Kunsch after die Umgebung aus. Okay Frey. Tane, was ist Tane? Kunsch after die Umgebung aus. Was soll es denn hier geben? So was super tolles. Da hinten ist was. Abgeschlossene Truhen. Versiegelte Truhen können äußerst wertvolle Gegenstände enthalten. Zum Glück musst du einfach nur sämtliche Gegner in der Nähe besiegen um sie zu öffnen. Okay, das hört sich gut an. Kann man nicht öffnen. Okay, da sammle ich bis zu Nierwald ein. Aber wo sind denn hier die sämtlichen Gegner? Hallo? Kommt her ihr sämtliche Gegner. Gibt es hier sämtliche Gegner? Gibt es hier sämtliche Gegner? Nein. Tja, hier sehe ich jetzt keinen. Tja, hier sehe ich jetzt keinen. Wir sind keine sämtliche Gegner. Vielleicht hier im ganzen Gebiet oder was? Auch weiter unten. Das könnte sein. So, was haben wir hier noch? Äh... Das war die Geschichte. Äh... Da ist eine Schatztruhe, ne? Dann gehen wir mal gucken kurz. Oh, da ist es daneben. Die sind toll, ne? Uh, das wird gefährlich. Kann ich denn nicht nur einfach schnell die Truhe öffnen und dann... Was ist denn die Truhe? Oh! Und sie hat mich schon... Sie hat mich schon... One... One-hitted. Was? What? One-hitted. Ein Treffer und schon fast tot. Echt? Äh... Trefferpunkte wieder herstellen. Mach das mal bitte. Okay. Ähm... Aber ich habe das mitgenommen. Das, was da lag, ne? Ah, ja. Das war was anderes. Das war hier in diesem Gebiet. Da ist der Mutant. Und da ist auch eine Schatztruhe. Okay. Also gegen den hast du keine Chance jetzt momentan, ne? Wir gehen da mal gucken. Aus reiner Neugier. Wow. Okay. Jetzt bist du wieder heiler. Ähm... 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 Warte. Da war was. Oh, das ist... Hä? Wieso hat er das... Aber ich habe mich... Weg hier. Weg hier. Der macht Aua. Der macht Aua. Okay. Die Truhe haben wir schon mal, ne? Ähm... Gab es da oben noch irgendwas? Warte, ich gucke mal kurz die Map. Und im Moment der Stärke... Haben wir uns das schon mal angesehen? Darf ich mal gucken? War er schon mal da? Hoch mit hier! Ah! Das haben wir noch nicht gesehen, ne? Monument der Stärke. Okay. Okay. Da sind ein paar Feinde. Kannst du nicht einfach geradeaus? Ne, kannst du nicht. Und da kannst du auch nicht hoch. Na, hier kannst du ja nicht hoch, ne? Warte, wir müssen so eine andere Stelle finden. Ah, ne. Das ist zu hoch. Oh, das ist noch so ein Typ. Okay. Alter, das sind überall Gegner hier, ne? Oh, den haben wir wach gemacht. Sorry. Und da ist noch so einer. Ich glaube, ich kann da gar nicht hin, ne? Okay. Okay. Warte. So hin. Da wollte ich hin. Ziel und erreicht. Sieht das Monument in der Nähe an? Ja. Achso. Ach genau. Ich sollte das hier mal frei machen. Auf. Frei. Cool. Verteidigung plus fünf. Freize Verteidigungssteiger sind effektiver geworden. Einfach nur, weil wir das gefunden haben. Ist das cool. Wir checken jetzt die ganze Map ab. Warte mal. Die Map. Einmal die Map, bitte. Ruinen von Lege. Eliminieren. Feind. Werteerhöhung. Okay. Oh, das geht ja immer weiter. Aber hier ist ein Ende, ne? Was ist das? Archiveintrag. Ja. Kann man denn da hin? Äh, was gab's da? Schatztruhe. Ach, das war bei diesen Dings da, ne? Okay. Wieder weg. Das haben wir auch irgendwann mal markiert. Da gehen wir auch nochmal hin. Ja, genau. Das ist das mal markiert. Ähm. Ah, ich glaub hier rüber kann man jetzt hin hin, oder? Ja. Immer her damit alles looten. Ah, das ist noch ein fettes Vieh, ne? Sollen wir den mal antesten? Resistenz, okay, die sind alle so übertrieben. Wieso ist er da so, Resistenz? Warte mal, wie wäre das denn damit? Auch Resistenz? Okay, guck mal, was er für einen Schaden macht direkt. Oh, warte, heilen. Resistenz gegen meinen Super-Super. Was ist hiermit? Ach komm, der war daneben, ne? Echt, Trefferpunkte herstellen. Oh Mann, ey. Okay, da war ein bisschen hart. Oh, hier ist auch Ende. Siehst du, man kommt da nicht rüber. Aber dafür können wir hier noch ein paar Seelen sammeln. So, ich guck noch mal kurz, wo wir jetzt sind. Okay, da ist eine Schatzruhe. Da ist da noch was. Gesegnete Ebene Zuflucht. Das haben wir schon freigeschaltet. Na gut, dann... Wir sind jetzt da. Was war das denn? Ach so, ein Glockenturm. Da waren wir auch schon. Wirtschaftliche Umgebung aus. Ich wollte jetzt da mal hin. Eliminiere den Feind. Ja. Auf da hin. Mit ihr Brüll. Oh, hier sind noch ein paar Feinde. Noch ein bisschen fighten. Komm. Oh. Warte, markier den mal. Okay, warte, warte. Dann machen wir das so. Okay, der war ein bisschen schnell. Da habe ich ein bisschen gepennt. Okay. Okay, wir gehen schon gut ab, Pia. Wie viele sind das denn jetzt? Sie werden ja immer mehr. Hä? Sie müssen noch immer weniger werden. Warte, ich markier den mal. Treffer-Punkte. Warte mal, kehr den mal. So, dann kriegst du so ein. So, alles hergeben. Von der anderen Seite. Oh, da war noch einer. Okay, danke schön. Das können wir nicht nehmen. Das können wir nicht nehmen. Ich habe kein Heiltränke mehr, ne? Sehe ich gerade. Okay. Ach, das war das hier, ne? Mit der... Da waren wir doch schon mal. Da musst du irgendwelche Vorbereitungen machen. Okay. Verschlossenes Labyrinthügel. Komm, das hätte ich doch... Können wir denn da hin? Monument der Stärke. Auch noch so ein Monument. Komm, da will ich, äh... Erstmal zum Stärke-Monument. Und dann zum anderen. Äh. Äh. Ich wollte da einfach nur... Uh. Wo kam der denn jetzt her? Ich wollte nur zum Monument. Ja. Alter, das ist schon ein großes Gebiet hier, ne? Äh. Da oben. Warte. Da war noch eine... Hier. Ja. 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 Okay, was für Monumente sind das denn? Und wie willst du denn da hochkommen? Frage er sich. Da kommst du doch niemals da hoch. Äh. Wie hast du... Keine Chance. Das muss vielleicht von... Irgendwie von oben. Keine Ahnung. Ich wisse es nicht. Ähm. Hier kommt sie auch nie hoch. Vielleicht von da oben irgendwie, ne? Dass man von da rüber springt oder so. Aber von hier... Warte. Das will ich jetzt mal wissen. Kann man denn hier irgendwie links hoch? Na ja, da kommst du ja nicht hoch. Na ja. Das ist einfach viel zu hoch. Ach, das war der hier, ne? Was beschützt der denn? Hallo, ich wollte nur mal gucken. Nein. Ach. Ich hab kein Leben mehr, ne? Vergiss das nicht. Genau. Ich geh lieber weg. Okay, okay, okay. Na jo, das war dann dieses eine komische Gebiet da. Und an diesen zwei Dingern kommt man einfach nicht drauf, ne? Also, es sei denn von hier oben irgendwo. Und Beringfell. Da hinten war auch noch eins. Ein Monument. Okay. Tu mal das weg. Und das weg. Und das weg. Und das weg. Komm, lass mich da hoch. Also, manchmal. Yes. Weil die alles fliegen kann. Aber hier könnten wir so rasten, ne? Dann haben wir wieder... Dann haben wir wieder... Halt, Ränke. Jetzt mal kurz rasten. Ja. Wir sind wieder ausgeruht. Und weiter geht es. Oh, sorry. Das ist echt groß, das Gebiet, ey. Auf jeden Fall. Oh, hier haben wir auch noch nicht. Weißt du? Es lohnt sich immer, in jeder Ecke zu gucken. Jetzt kommt hier nicht die Mauer hoch. Manchmal klappt das nicht so gut. Was ist da um die Ecke weiter? Oh, guck mal. Das ist auch so eine Horde, ne? Äh, spring mal rüber. Da ist auch so eine kleine Horde. Unten eine Schatztruhe. Der wilde Moschus. Ach, da geht es aber auch nicht weiter, ne? Links um das Deck. Na gut, ich dachte, da geht es da unten links weiter um die Ecke. Aber geht es ja nicht. Und daher lassen wir die Zombies auch mal... Da rumgammeln. Ähm. So, warte. Das wollte ich nicht. Ähm. Genau, das ist ja so ein anderes Gebiet, ne? Schatztruhe. Das ist ja alles so hinter der Mauer. Genau, genau, genau. Da waren wir ja schon. Da haben wir das alles so mal... Genau, da waren wir schon mal bis dahin. Ja, 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 okay. Na gut, dann, ähm... Würde ich mal sagen, gehen wir einfach... Dach. War das auch schon gesehen? Ja, 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 ja. Wir gehen da nochmal gucken. Moment der Liebe. Warte, wenn wir schon mal hier sind... Alles einsammeln. Ja. 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 Okay, da sind die Gegner Das ist auch irgendwie Am Arsch der Welt da hinten Ja, das brauchen wir auch nicht Äh, na gut Dann Gehen wir Da wo es mit der Hauptquest Oh, hier gibt es noch Zeug zum einsammeln Eiltrank Dann gehen wir weiter Da wo die Hauptquest weiter geht Und das ist da oben Genau Aber das machen wir in der nächsten Folge Wir machen hier eine kleine Pause Und ich sage danke und bis gleich Ciao